Bei mir auf der Arbeit ist ein Typ komplett tätowiert. Mit dem gehst du bestimmt keinen Kaffee trinken. Wieso? Der ist richtig cool drauf. Und stell dir vor, der hat Biochemie studiert. Ey Sarah, so kenn ich dich gar nicht. Ey, ich hab zwölf Monate Freiwilligendienst in einer französischen Schule hinter mir. Und? Ich hab da Schnecken probiert. Und ausgerechnet ein Zehnjähriger hat mir das französische Wahlsystem erklärt. Also, da schockt einen so schnell nichts mehr. Krass, du bist richtig offen geworden. Offenheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Sich der Welt zu öffnen, ermöglicht es, neue Ansichten zu entwickeln, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, leichter Kompromisse zu finden, die Standpunkte anderer zu respektieren und selbst respektiert zu werden. So, das war es geht. So, jetzt haben Sie also meine Reise historie Tr Polish-Kobe nich. Ich beziemt er Augen, glaube ich, nichts, was ich dir. Alles WELCAD, kurz kommодier! Wirklich, dein Jez undglück, have ich sie..